hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu star wars battlefront ja und mein partner wir messen uns dies geschehen ist der onkel gamer shkp hallo auch wenn wir nicht gut sind es macht uns spaß drücken bei drin ja ich kauf jetzt gerade was und zwar kaufe ich mir die scout pistole ja immer ich kopf ist alles egal ich starke bloß und die brauche oder nicht ist mir egal es mir korrekt es mir korrekt dann kaufe ich mir die und sonst kann ich ein Blaster kann ich noch kaufen aber naja die sind alle so weißt du ich meine sowieso wie Rebellen ich bin im Perium ja ich bin im Perium das ist die Chance vermaßt hihihi das nicht nur noch ein bisschen Verfolgung verhindere das da eigentlich ach kacke was denn skywalker war da achso yeah ich bin da geile geile Map endlich mal ein bisschen hell und jo hell bin hinter dir hell warst du gerade im Schnee nicht oder oh die Hände in Hamburgs ja hell warst du gerade im Schnee nicht oder naja so anders halt weißt du nicht so gemütlich ich finde die sieht gemütlich aus so ich mach da mal ein bisschen Jäger Style 88 ja meine Fresse so dreckiger Bauer der hat mich mit der Granate erwischt aber ich hab kein Problem ich hab nämlich noch einen ich hab's auch gestorben gerade wo ich mich zu der Porten wollte ich bin nicht gestorben bin im Erleben also ich konnte ich mich nicht zu dir Porten das wollte er nicht oh nein oh Leute ich werd hier übelst beschossen ey was ist denn hier los weil du wieder nicht mit mir in der Partnerschaft bist ja ich kann wenn ich auf Partner drück komm ich zu dir warum ich nicht keine Ahnung du wolltest mir nie als Partner die Sack du bist so böse was ist denn das für eine komische Laserpistole die ich da hab was kann die denn Jamey 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 den Orbital Strike hat nichts gebracht aha das ist natürlich scheiße wenn man schon Orbital Strike hat und da nicht einsetzen kann den hab ich schon eigentlich so da hat nichts gemacht oder hat nichts gemacht ich hab ne Karten Erneuerung was bringt mir das soll achso jetzt verstehe ich dann wird sofort wenn der Granate missbraucht hast kriegst du sofort wieder eine neue voll interessant mein Freund voll interessant owa wir haben gerade vor meinen Augen ein ATS-T zerstört das finde ich nicht nett ok wie sieht es bei dir aus was machst du so schönes ich bin hier gerade rum ein bisschen ok bäh ich hab grad einen mit der Granate zerfetzt oh nein oh nein oh nein ich werde beschossen oh Gott nein hört auf oh ich bin freiwilliger ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr oh nein oh jetzt kann ich bei einem Partner stoppen jetzt ist wieder ein anderer Partner ich bin wieder hinter dir gelandet hallo Partner das ist doch gar nicht ey ja vielleicht kann man das noch mal irgendwo einstellen weil das ist ja quatsch dass ich dein Partner bin aber du bist der Partner von Hukuboko und der Hukuboko will nicht mit dir spielen ja Infanteriegeschützturm das ist mein Traum das ist wirklich mein Traum oh ich bin grad in der Höhle und du weißt was in der Höhle auf einen zukommt ne da ist es dunkel da ist es dunkel da ist es dunkel bam 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 toll getötet von Jujo Luke Skywalker hat mich kaputt gemacht der Jujo ist ein bösewicht der Jujo will mich killen okay der Auberung ne da gehen wir mal zum Auberung ich weiß nicht ich will da nicht in die Höhle der Onkel rennt auch schon wieder in die Höhle du weißt das schon wie du spielst du hast du mal jetzt in die Höhle oh Luke Skywalker Luke Skywalker Luke Skywalker Luke Skywalker Skywalker ist besiegt haha so ist das wenn man den Skywalker angreift dann wird der besiegt okay sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen blöd ja ich hab den abgemurkst du ja mit alle Mann ne ich hab zwar nicht als Kill gezählt aber ich hab mit drauf geschossen und mein Turm mein Infanteriegeschützturm da hat der Skywalker blöd geguckt oh man überall explodieren Granaten ne Panzerfaust war das diesmal oh man ey darf ich denn auch nochmal mitspielen liebe Leute ich komm hier hin auf den Planeten und dann werde ich direkt gelasert oh meine Fresse wieso sind die Karten immer so kurz versteht das nicht ja weil wir so spiel draufgegangen sind wegen unserer Spielweise so dann müssen wir es direkt auf Gas geben ich hab zwei Kills gemacht ich fühl mich richtig gut oh man ey Leute ich hab doch mehr gekillt es kam mir jetzt aber mehr vor jetzt komm ein bisschen gucken oder war das nur Assistent Kills verrückt meinst du bist Assi hm ich habe tausend ich habe 195 Credits bekommen yeah ich bin richtig reich hä lächerlich hm damit kann ich ein Eis grauben ein intergalaktisches Eis egal jetzt sind wir Rebellen jetzt läuft das wieder anders hier echt ich muss ich muss mir nachher auf jeden Fall ich gehe direkt auf Beitreten achso geht erst in 30 Sekunden los ich werde jetzt auf jeden Fall direkt losmetzen wie so ein Irrer und dann werde ich mir bald wenn ich genug Geld zusammen habe werde ich mir erstmal eine neue Rüstung anpassen dass ich mal anders aussehe das Geld ne kostet das ja 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 deswegen muss ich jetzt ein bisschen sparen und die Karten voll machen auf jeden Fall ne da waren ja gar keine und es geht los es geht los Jutlandwüste ist das meine Damen und Herren die Jutlandwüste dam 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 und Herren ja ich kann noch nichts machen ich kann mich nicht bewegen achso da ist ein Lade der Rwano ist mal wieder nichts mein Partner was habe ich denn jetzt mit der Waffe schon wieder oder du bist schon wieder mein Partner ich habe keine Ahnung du musst das mal anklicken ich will dein Partner sein so nach dem Motto du willst es sein du bist doch gar nicht bei mir so quack du bist ein Quatschner ich du bist hier vorne irgendwo da ich bin hinter dir guck doch mal also du wirst bei mir gelb angezeigt ich weiß ja nicht was du mal einstellst jetzt kann ich dir gar nicht sagen was du da immer so einstellst wir sind dabei knallrotes Gegner ja ja ich ich schieße immer aber irgendwie will meiner immer keinen töten oh ja da oben ist einer im Turm drin und der ist ziemlich bitter und böse oh jetzt wurde ich getötet von Globo Globo da in Systems Staffel Blau wir brauchen Luftunterstützung boah aber das ist schon geil so 20 gegen 20 ey hier ist auf jeden Fall geht die Hölle ab hier boah granatenregen oh ATAST hier ATAST boah ich hab grad die obere Sicht gehabt ja dass man von oben gucken konnte was wie geil das aussieht wenn die sich hier alle bemetzeln ach Mensch ich krieg hier kein Tod das gibt's doch gar nicht ey boah da hinten stehen sie mit 30 Mann mit 30 Mann ey AHHHHH ich hab ja abgeschissen mit dem scheiß Ding das ganze vergessen so eine lahme Kiste ich brauch auf jeden Fall komme was wolle brauche ich später ne bessere Waffe du ich krieg dir nix ich krieg die nicht tot mit meinem billig Level Rang hier aber aber nicht mal die granaten fliegen bis dahinten hin das ist ja Wahnsinn man jetzt stirb ich würde auch mal einen töten jetzt man immer schiesig und da fällt keiner um AHHHHH weggelaufen der Gulli Bastor die hat mich abgeknallt alle killen ich bin wieder bei dir gelandet hallo man ich komme gerade auf die Welt direkt die granate ins gehirn ey in die gehirne oh Darth Vader fuck ich werde gebrocht gemickt oh knack granate granate auf Darth Vader der muss sterben Darth Vader ist besiegt hier hockt doch naja wie lange ist die Frage wie lange bis wir da vorher wieder ausrasten meine Fresse was mach ich denn nur don't touch me don't touch it so granate liebe Leute jetzt werdet ihr ordentlich granatilisiert hoffe ich man die weichen immer meinen Granaten aus oh my god jetzt hat er ein Schutzschild gemacht und ich kann nicht rausballern alter also manchmal habe ich das Gefühl unsere Freunde diese Bescheuert ich stelle ich hier in meine Schusslinie und sonst was wo ich so schön eingesührt hab kein touch mit oh Gott da sind sie 300 Mann nur nur 300 Laser strahlen auf eine Sekunde oder oder oh yeah Helden Sammelobjekt oh ich will es endlich in Orbitalsdreiger haben oder oder was größeres was kleineres was stärkeres 5 Sekunden erscheint noch ich hab was Neues in der 2d2 guck mal 1 0 was kann der was machen das jetzt ich hab mir zu dir zu gezündet und das jetzt hab doch gerade der Held gehabt schon der Asifick oh der hat mit 1,0,3,3 Lebensenergie hat der überlebt der Sack ey Mann ich will auch mal wieder ein Kill ich hab noch gar keinen getötet du wechseln wie lange lebe hier in dem Planeten auf ja ja in dem Planeten doch ich lebe im Planeten Mann boah ist das krass ey das ist ja das ist das feinste ich sterbe ey grad gespawnt stand der da hat mich sofort gekillt das ist doch kacke ist es ja Mannu hab ich kacke erwähnt boah krass ey die schießen auch vor allem die schießen von 3600 Kilometern und treffen auch noch kein touch me so was mach ich denn jetzt vor lauter Angst hier laut unserer Spione ist Vader in der Nähe haltet die Augen nach Darth Vader aus Darth Vader aus ne Darth Vader Ach Mann ich werd ja von jedem getötet krass krass Darth Vader Darth Vader nja nja tschüss ich geh weg Ich hab ihn schon gerochen. Der hat mich gelasert. Einfach mal vorbeigelaufen. So hab ich mich auch gefühlt, als er sagt, ich umarme dich. Aber wenn Darth Vader sagt, er umarmt dich, dann ist das immer ganz schlecht. Darth Vader hat eine Geschichte erzählt. Okay, everybody dance now. Wichser. Oh, komm, ja, ich hab einen getötet. Ja, einmal darf ich auch noch meinen töten. Ja, und noch mal einen. Komm, 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 der ist meiner. Nein, jetzt ist die Waffe kalt. Wer bin ich jetzt? Was bin ich? Ah, geil, ich kann... Jawohl, Luke Skywalker, wie nehm ich denn? Na, die Prinzessin ist auch gut. Ich bin Luke Skywalker, du kleiner Nasenbär. Echt, cool. Die imperialen Truppen sind betrunken. So, wie ging die Scheiße jetzt mit diesem Scheißtyp? Oh, die ATS, die hat mich gekillt. Mach den mal kaputt. Luke Skywalker, ich bin bei dir, ich werde dich beschützen. Ich werde der Luke Skywalker sein. Bin nur, ich bin schon tot. Den du immer gewünscht hast. Und ich hoffe, er rennt über meine Eingangssmine. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert hat. Ach man, ey, wir haben so lange nicht mehr gezockt, ich bin voll raus. Das ist doch scheiße. Ey, der ist dann gerade in meine Miene gerannt. Ja, ja, ich bin auch nicht gerade so gut dabei hier. Der Feind ist in der Überzeit, ich bin schon wieder tot. Ich bin gerade geboren worden und direkt wo die Abgelümmelte. Damals haben die Leute, weißt du, wenn du geboren wurdest, wirst du gleich mit der Laserpaint schon verprügelt, ey. Aua. Überall flattern Granaten. Du kannst ja gar nicht dich bewegen hier. Überall leuchtet es. Rot, 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 rot. Kleiner Imperator steht vor mir. Also wir müssen definitiv, wenn wir jetzt diese Session abgeschossen haben, ein bisschen mehr zocken. Weil ich weiß gar nicht, warum wir die Testen für Luke Skywalker so waren. Das ist ja Wahnsinn. Naja. Was heißt denn, ja, das ist doch scheiße. Ja, das ist echt, äh, ne, gewittert, Donner. Ach Gott. Ey, ich will gar nicht wissen, wie oft ich in diesem Part hier gestorben bin, in diesem Level gerade. Ich bin, glaube, bei 38 habe ich oft gehört zu zählen. Und das krasseste ist, das war's schon. Oh Gott, wir sind fast tot. Da ist eine Frau, die hat sogar mehr Lebensenergie als ich. Ah, Mann, Doppelkill. Na, wenigstens habe ich sie auch getötet. Na, wo kommen denn die Schüssel her, Mann? Na, die Schüssel? Die erobern den letzten Kontrollpunkt bitte nicht. Nein, ich will noch nicht sterben. Ich will nicht. Bitte nicht. Warum, ey? Das ist doch Wahnsinn. Drecksäcke. Ich brauche den Scheiß. Oh, 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 oh. Gargamel war hier. Gargamel. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu sichern. Wir besitzen einen Kontrollpunkt. Ey, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich kann die alle schwächen. Aber keiner von unseren kleinen Goblins haben überhaupt eine Chance, die anzugreifen. Hallo, ich bin hinter dir. Oh yeah, ich fliege jetzt um den X-Wing, ey. Ich weiß nicht, was der bringt, der R2-D2. Ach du Scheiße. Ach, der schießt auch. Geil. Der kleine R2-D2 ballert auch. Wie geil ist der denn drauf? Ernst Modetto, Ballert, meh, 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 meh. Okay, dann greife ich mal wieder an hier. Wow, die Basis sieht aber cool aus. Der schlechte Serververbindung. Das Spiel ist nicht spielbar. Na klar. Ja, bist du noch da? Ja, ja. Hä? Sehr schlechte Spielervervibindung. Ich bin rausgeflogen. Jawoll! Nichts? Liebe Leute, das ist so geil. Ja, bin rausgeflogen. Gerade im Battlefront-Menü. Ich hoffe, ich kann wieder reinkommen. Sonst, naja, die Map wird jetzt eh gleich zu Ende sein. Ja, das nenne ich doch mal sehr schlechte Serververbindung. Aber ich bin jetzt wieder im Hauptmenü. Okay. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Warum sind wir denn so schlecht, Mann? Keine Ahnung. Dass keiner jetzt sieht, was ich für Punkte gemacht habe. Naja, ich bin jetzt gerade in dem, äh, ELA-Wahl-Menü. Ähm, entweder, ich weiß nicht, ob wir danach überhaupt noch eine Runde schaffen. Ansonsten, äh, ich muss mich auf jeden Fall nochmal einladen. Warten mal eben ganz kurz. Sonst wird es halt ein kurzer Part drin. Aber ich warte jetzt einmal ganz kurz, weil irgendwie sollte ich fertig sein. Können wir mal gucken, mal eben durchgehen, was es noch gibt. Von Abwurf-Zonen. Vorherrscher, Wendepunkt, das ist dann mit der Schlacht von Jakob zusammen. Jägerstaffel, Kampfläufer. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Sind wir schlecht. Fracht, Abwurf-Zone, Helden, Heldenjagd, Doidenalarm und Wendepunkt. Wir haben uns zurückgedrängt, wenn uns nicht mehr was einschränkt, wir erleben. Ach, das ist der gleiche. Ach, du Scheiße. Macht nichts bis raus. Nee. Ende. Nein. Game. Weil du schon sagst, du bist so schlecht und so. Da, weil wir so schlecht sind. Naja. Du siehst aus, meine Freunde. Ich hoffe, dass die Leute auch nicht machen. Ja, wenn du sowieso, jetzt hätte ich keiner verstanden. Niemann, nö. Doch, ich hoffe, dass der Onkel gleich rauskommt. Mach ich halt aus. Ach ja, herrlich. Oh, okay. ja also definitiv muss ich um oder unkündig auf jeden Fall mehr zockt jetzt also das Spiel ist mega geil aber wir müssen unbedingt reinkommen also das geht ja gar nicht ihr kommt da auf die Welt bis abgeballert kommt auf die Welt kriegst du Grandarte kommt auf die Welt ist gewürgt kommt auf die Welt kommt ein Flugzeug schießt die haben so was ja wundervoll Lappen 21 mal gestorben ja steht da wieviel ich oder bin ich gar nicht mehr drin im Skalaus na schade kann ich 88 mal gut dann machst du sie zu den Partnern lieben Freunde ja dann machen wir auch 18 Minuten ja ein bisschen kürzerer Part aber macht ja nix dann kann ich jetzt wieder Rivado dazuholen ja gut dann mach ich wenn wir dann dasselbe dann nochmal spielen oder wollen wir gleich zu einem anderen Modi gehen wenn du schon raus bist ne wir gehen achso haben wir dann haben wir keine Map mehr doch 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 aber ja dann machen wir dem Modi nochmal eine andere Map ich gehe alle Map alle Maps gehen wir durch okay na alle Maps ja alle Maps sind dem Modi das wird beschlecht ne so viele Maps kann man nicht machen ne das dauert zu lange wie viele Maps gibt es denn es gibt keine Ahnung es gibt hoffenweise Maps ich glaube sechs Stück oder so insgesamt Quatsch mehr mehr es gibt Sternenkarten sechs Stück aber daraus sind auch noch mal jeweils drei oder so okay ja eine machen wir noch und dann kommen wir ja gucken kommen wir in einem Partner mehrere Sachen machen machen wir werden wir dann entscheiden wenn es soweit ist ja würde ich sagen liebe Freunde schaut auf jeden Fall mal bei Gamma Schick IP vorbei lasst einen Daumen oben da ja auf jeden Fall und wenn ihr was dann noch so machen wollt wir freuen uns kommentieren auf jeden Fall und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder könnt ihr auch ein Abo da lassen weil du es nicht so schön verschluckt hat wenn du was weil du es nicht so schön verschluckt hast könnt ihr auch ein Abo da lassen wenn ihr möchten ja dann selbstverständlich also bei Gamma Schick IP und bei mir ja und dann würde ich sagen bis nächstes Mal ciao tschüss ihr macht es mit euch äh äh nd take